Oh, nein, Alter, nein. Hola, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen... Was passiert hier? Neuen Folge Outlast 2, Leute. Übrigens, danke für die ganzen ermutigenden Kommentare. Das ist wirklich... Es hilft tatsächlich, aber... Jetzt gerade leider nicht mehr. Okay, vielleicht soll ich rennen und die retten. What the fuck? Okay, renn durch den Shit. Öffne doch die Tür. Oh, okay, da kann ich durch. Okay. Schneller lesen. Ey, wer es lesen will. Die Schmiede der Hölle. Fuck it. Leg das Ding zurück. What the fuck passiert hier? Alter, beeil dich. Beeil dich. Oh. Ich glaube, wir sind zu spät. Ich glaube, die ist tot. Ey, warte. Wenn da jetzt hinter mir jemand anfängt... Wenn mich jetzt jemand verfolgt, ne? Oh! Wer redet da jetzt mit mir und lauf einfach weiter. So, die Tür ist ein Schlüsseler notwendig. Ich muss da wohl jetzt nicht wirklich runter, oder? Da ist nur so ein scheiß Zettel. So, ASMR ist das hier. Alter. Oh mein Gott. Ey, der Typ sieht aber noch... Okay, ich muss anscheinend da runter. Da, du Papa, Knurz. Boah, jetzt bitte ich dich, ihm eine schreckliche Geschichte zu erzählen, der hoffentlich nichts wahres ist. Der höchste, bla 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 bla. Okay. Als ob ich in einem Horrorspiel anfange, Sachen zu lesen. Sind die wahnsinnig. Und jetzt? Ey, wer von euch hat den Schlüssel, Leute? Wo muss ich hier noch weiterlaufen? Okay, ich laufe jetzt... Ah, da ist er. Okay, gut. Ich hab immer Angst, dass ich so Sachen nehme. Oh mein Gott! Dass dann was getriggert wird, so wie hier. Alter, fick dich. Sperr die Scheiße auf, ey. Ich wusste es. Was passiert da? Weiter. Irgendwann ein Ritual geht hier. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Okay. Leute, es ist sie. Ja, und jetzt? Leute, es ist sie. Komm, zoom nochmal ran. Wo ist sie hin? Da. Ah, Lynn? Kann ich irgendwas tun? Spring doch einfach da runter. Ja, ich wollte gerade sagen. Oh, okay, wir sind... Ey, es hat funktioniert. Okay. Lynn, ich bin hier. Alles cool. Oh Gott, Blake. Ist du okay? Nein. Was ist das? Ich weiß nicht. Oh Gott. Hey! Wir müssen laufen. Da! Oh Gott. Renn! Okay, renn. Äh, okay, renn. Lynn. Alles klar. Weg von hier. Anywhere but here. Was ist das? Was passiert hier? Ich dachte, du warst tot. Wenn du zerfohlen, dachte ich, wir waren alle tot. Es ist okay. Ich bin hier. Wir werden rauskommen. Was haben sie mit dir gemacht? Ich kann nicht darüber sprechen. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Sie kommen. Sie kommen. Das ist irgendjemand. Also, ach, ich kann mir irgendwas, ich hab was im Kopf, aber ich weiß noch nicht genau, was sie gemacht haben, aber irgendwas Baby-mäßig oder so. Ja. Haben die dich? Bitte, Blake, ich will einfach rauskommen. Ich kann mich halt umdrehen und du kriegst einen Schlag, ich mein... Was sind denn so alte Leute oder nicht? Dich, ich... Oh! Oh, what the fuck! Oh! Swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes! God, no! God, no! God, no! God wants the child! God wants the child! God wants the child! God wants the child! Get off me! Get off me! God wants the child! God wants the child! Lynn, Lynn! No, you... No! No! You motherfuckers! No! 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 I've watched my father fuck you a God into death! Oh, God! Oh, shit. Der Typ geht so, ja, da. Nein! Nein! Oh! Oh! For fuck's sake! Shit! Take her home. I must share my love with the father. Motherfuck! Ummm... My... God doesn't love you. Not like I do. Oh! 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 I don't know. Give me a smile. We have nothing. I think I'll see you again. That's you. Oh shit! Oh shit! What the fuck's got passiert? Lynn! Oh mein Gott, alter. Jesus... Jesus Gott! Nee. Fuck, were they? We... They called them the Heretics. They called Lynn... Mother. It's not just a cult. It's... It's two sides. Christians and... Something else. Ich lauf einfach mal irgendwo hin. Wow! War das eklig, alter. Ich muss immer... Oh! 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 Weiss ich grad' man und ne Frau. Ich weiss echt seh gar nicht. Das hat für mich aus... Ich weiss nicht. Wie gesagt... Oh! Äh... Okay. Vielleicht soll ich doch in die andere... Zum Beispiel. Okay, wie läuft man in die andere Richtung? Ein bisschen schneller, bitte. Soll ich da lang? Okay, ich glaub' die führen... Oh! Nice! Batterie! Jawoll! Gas führt beides in dieselbe Richtung. Komm hierher! Okay, gib mal ein bisschen mehr Gas. Go! Bap! Bap! Kannst hier im Wasser verstecken? Oh! Gott ist das Open-World mäßig! Das gefällt mir gar nicht. Will ich mich verstecken? Oh! Da ist jemand! Oh! Kann ich die eigentlich... Ich kann ihn nicht killen, ne? Okay! Ja versteck dich doch mal und ich drück die Taste und er macht es nicht. Okay versteck dich einfach nicht im Wasser Oh mein Gott, ich bin tot, 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 kill mich, okay, na doch nicht, warte, ich lebe noch, oh, ich bin tot, renn doch einfach, die Musik ist geil, okay, renn, der Typ ist so fucking langsam, ich bin an allem vorbei, ich hab's gemacht, ich bin an allem vorbei, renn weiter, alter, er ist erschöpft, jetzt bin ich tot, wir sind aber auf Schalt, renn, ok, ich renn wieder, oh, ich bin tot, ich bin tot, hey, killt mich, oh, what the fuck, Nee, ich hab's verloren, ok, jetzt rennt, ihr rennt, warte, die sind ja voll scheiße, die können ja gar nix, Jetzt hier ne kleine Finte schlagen Oh shit, hier kann ich nochmal umdrehen, irgendwie ging das da, oder? So, warte, jetzt, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's abgeschüttet Da konntest du doch irgendwie umdrehen, oder? Ah, so, ok, haben's geschafft Schnell, alter, wie langsam bist du in diesem Wasser? Schnell da rein jetzt hier Ok, so, schließ die Tür Bam, wir haben's gemacht, ey, so, schließ das Fenster Oh Gott, ok Ok, Leute, das war, wie lang geht die Aufnahme? Geht noch gar nicht so lang, ok, warte, komm, wir versuchen es, wir gehen nochmal raus Wir versuchen es nochmal Ok, mach das Ding auf Shit Ich will da gar nicht rein, wo muss ich denn hin? Geh da rein, schnell Nebt der? Zu! Nein, mach's zu! Lebt der Typ da? Ich glaub, der ist tot Ich mein, zumindest, ich hör hier fliegen und so weiter Alter Ok, ich glaub, der lebt nicht mehr Ich brauch Batterien oder so'n Scheiß Wo seh ich, wie viele Batterien ich noch hab? Was für die Musik eigentlich von mir, ey, die ist ja so nervig Ok, weiter, hier ist nix, ok, weiter Ok Ich hör hier irgendwie ein Reden Ich denk, ich muss da rein, oder nicht? Ok Ich seh nix Shit Ok Oh! Aber es war richtig, fuck it Ich bin nur froh, dass ich einen richtigen Weg gefunden hab, ganz ehrlich Das ist der Einzige, was mich grad interessiert Ok Ich glaub, ich spiel nach dem Spiel erstmal ne Runde Mario Kart, hab ich das Gefühl Ich bin irgendwie Dabei muss ich grad viel im Voraus aufnehmen, aber das rede ich im, äh, irgendeinem nächsten Video drüber Das heißt, ich bin gezwungen, Outlast regelmäßig aufzunehmen, was ja sonst vielleicht Nicht mal Ich schließe mich schon Ich bin froh, dass ich dies soll, dass ich mache Ich bin froh, dass ich das mache Ich sollte mich bei dir lieben, dass du mir helfen soll, Jesus seit ich mich nicht weiß, was soll ich tun Jesus, forgive mich, ich weiß nicht was zu tun Ich bin froh, dass Jessica Ich erinnere mich, das Ich erinnere mich Die Blase Die Blase aus dem Amt sie sind Creepien Die Blase aus dem Wasịt sie so, das okay Das ist das Deckel ich denke mal ich muss da wo das licht ist also war ich ja jedes mal wenn die tür nicht aufgeben ich soll schiss abfangen oder wenn sie aufgeben responsibility was wenn wir einfach ganz schnell durchrennen ok ich renne ist ja so klar dass der gang immer länger wird nein wer ist das denn da was war das und jetzt kommt das scheining ist schon wieder was von scheining ein bisschen die rennen als von irgendwo wird so ein teufel ein bisschen äh geht da vielleicht ok cool danke dass die tür aufgemacht hat aber auch wow die brille wird ein problem das sei ich nicht ist das warum trauen wir dem und wer ist das mein Name ist ethan aber ich meine bist du einer von ihnen und welche Seite bist du auf du meinst warum ich nicht versuchen zu töten ich bin unbekannte ich sehe zu viel für die faith aber du bist nicht einer von den anderen die heretischen ich habe nicht gesagt dass ich meine Frau Gottskull musste zu erinnern ich habe nicht zufrieden ich meine er kann ja also der hat auf jeden Fall einen Schaden nach dem was er alles erlebt hat dann lässt es stehen ich habe eine Chance zu run spun dem Idiot's ein paar Geschichte ich habe eine Gifte mit Tark meine ganze Zeit du hast sichergestellt du hast es Jane Doe sorry deine Frau sie war 8 Monate pregnant blöde hair cut like a voice ja ah die ist das ich traue dem nicht bei jedem Charakter in Outlaws der gesagt hat komm rein komm rein sie haben am Ende irgendwas abgeschnitten worden mit der Kreissäge irgendwie steige gar nicht jetzt x All right, just relax here, I'll keep you safe. You wrist up and heal. Ethan is going through you right. die Familie auch unter den Holzdielen ist irgendwie und dann wir sehen uns morgen wahrscheinlich sogar bei einer neuen Folge Outlast 2